jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja leute dem heutigen video möchte euch eine solo variante zeigen von dem service gar merch glitsch die alten version die wurden leider alle gepatcht was braucht ihr braucht auf jeden fall ein bunker eine autowerkstatt und in der autowerkstatt muss schon das auto befinden wovon ihr dann die settings übertragen wollt und im jahr dann würde ich sagen lassen wir schon direkt los starten begibt euch zunächst einmal zu eurem bunker seite dort angekommen dann könnt ihr den punkt auch direkt wieder verlassen als nächstes begeben uns dann zur autowerkstatt entweder könnt ihr euch jetzt teleportieren einfach hinfliegen persönliches fahrzeug benutzen oder so das ist ganz egal bei der autowerkstatt angekommen begeben uns jetzt einfach zu dem auto wovon wir die settings übertragen wollen steigen ein drücken steuerkons nach rechts um das fahrzeug zu modifizieren dort angekommen können wir das menü auch direkt wieder verlassen als nächstes steigen wir jetzt aus dem auto wieder aus laufen einmal links die treppen hoch gehen dann hier einmal zu dem automaten zu dem spielautomaten so seid ihr jetzt dort angekommen registrieren wir uns einmal als CEO als nächstes öffnen wir dann das handy rufen einmal tony an oder agent 14 das ist ganz egal fordern uns einmal den job an wir drücken dann steuerkons nach rechts und sobald ihr dann jetzt unten rechts seht dass die zeit läuft könnt ihr einfach kreis gedrückt lassen um das spiel einfach wieder zu beenden so als nächstes laufen wir dann wieder runter jetzt gehen wir zu dem auto wovon wir die settings übertragen wollen drücken steuerkons nach rechts und dann werdet ihr sehen dass jetzt schon die settings übertragen haben und ja um das auto jetzt zu kaufen müsst jetzt leider warten bis die zeit unten abläuft bis die mission beendet ist wenn jetzt die lobby wechselt ist das auto wieder umgemercht deswegen müsst ihr wirklich dann die 14 minuten dann leider noch warten und das ist leider auch die einzige möglichkeit um sich solo die fahrzeuge momentan zu merchen und im jahr leute das war es auf jeden fall mit dem kleinen feinen video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein leichter lassen würde und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschau tschau